Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Vlog! dadan 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 oh der ist wie freùng auf dem Geburtstag geschenkt der ist gerade Müll weg transmitted und kamen Seht ihr ihn da? Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zu Mama. Wir schlafen dann heute da oder holt uns morgen ab. Dann machen wir uns einen schönen Tag. Wenn ihr das seht, ist es sehr wahrscheinlich Bayram. Und ich wünsche jedem, der das feiert. Alles gut. Hey, guck mal, wenn sie lebt. So, wir sind jetzt bei Mama und Mama macht Kuchen. Und ich würde erleben, du hast feiert. Und das macht mir das, dass mich in der Liebe macht. Und das macht mich in Liebe. Cuz ich herauskehai, die ganze Zeit, die tausend sch Terror ist der Moment. Die Zeit. 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 Oh, ich wollte dich. Ich konnte nichts. Ich wollte dich. I believe, cause I want you Here with me, I'm gonna go crazy I'm gonna go crazy for love I look at you, I know it's alright You read my mind But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you've got to let the way your body makes my heart beat sound It's amazing all the time So, ihr Lieben, wir fahren jetzt Shisha rauchen an Beidam Und fahren jetzt Mama zu Mama So, ihr Lieben, wie gesagt, wir fahren jetzt Shisha rauchen Jetzt fahren wir zu Mama und Helena ab Hallo Ja Laptop Oh, scheiße, Laptop haben wir hier Scheiße, Alter Alter, wir haben hier das vergessen Scheiße Okay, wir haben Laptop im Laden vergessen So, ihr Lieben So, ihr Lieben Nochmal Hallo Und wir wollen von unserem Kanal durch alles sagen Für die, die Türken sind Für die, die Deutschen Für die, die Araben sind Für die, die Araben sind Für ganze Menschen Auf Kurdisch Auf Arabisch Auf Türkisch Und wir wünschen euch Viel, viel Glück Und wir hoffen, dass ihr immer glücklich am Leben bleibt Glücklich, gesund Das ist das Wichtigste natürlich Ich habe Laptop im Laden vergessen Wie kann mir das passieren? Das Wichtigste Egal, der Chef war ja da Mein Baby Du hast dich hier gar nicht beschwischt So, wie gesagt, wir fahren jetzt nach Hause Spreta kommt euch zu uns Und Sonntag kam leider kein Shisha Video, weil wir einfach keine Zeit hatten Wir haben das nicht geschafft Und ja Ich würde sagen, wir sehen uns einfach zu Hause wieder So, jetzt ist bestimmt ein bisschen windig Ich hoffe, ihr könnt mal schauen Wir gehen jetzt in den Park Und mit Lina spielen Lina, gell? Boah, das ist echt windig Guck Und er redet mit seinem Neffen, der bald rein Und dann mal schauen Die ist müde Wir wollen gar nicht, dass sie schläft Deswegen Dachten wir uns, wir gehen jetzt ein bisschen spielen Joa Das Wetter ist auch sehr, sehr schön Ist zwar windig, aber Die Sonne scheint Ja genau dass wir spät applicationen mit dem Zwei Das Zwei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017